Pipapo! Und damit herzlich willkommen zu den Green Mountain. Den Green Mountain. Und jetzt, ähm, bin ich weg. Oh, nee. So. Es leckt, es leckt, es leckt. Aber zu, mann, ich mag dich, dich. Gibt's nicht. Gibt's, gibt's, gibt's. Komm, das muss ich jetzt aber auch gelohnt haben. Danke. Secret exit. Ach, da geht's. Collect coins. Darf ich dieses Level auslassen? You have to collect a lot of coins because each second will take away one coin. Enter the pipe to start the level. Heißt, so gut wie ich muss mir alles einsammeln, sonst sterbe ich und ich muss hier runter jetzt. So, auf geht's. Go, go, go. Du, 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 du. Ah. Muss ja schon alles perfekt laufen. Ich muss, eh alle willkommen. Okay, das ist schon gut. Komm, da komm schon. Oh, ja. Ich glaube, der hat mich besiedet, um zu kommen, Mama. Irgendwie muss ich versuchen auf den. Ich muss da versuchen, irgendwie drauf zu kommen. Oder ich sammle mir die gar nicht ein. Was haltet ihr von dir, Idee? Genug habe ich und drei kriege ich noch dazu. Ziel? Aber ich komme halt nicht direkt da. Deswegen ist mit dem Dauern schon besser. Ich muss es so machen. Aber ich habe mich auch zu mir nur vier. Drei. Das erreicht mich immer. So. 4, 3, 3, 4. So. Ich sage mal. Ich kann mich nicht erinnern, wie ich will. So. 6, 5. Dann wieder 3, 2, 1. Ich habe es aber noch nie geschafft. Da perfekt rein, super. Das ist ein ganz, ganz, ganz kniffliges Level. Können zu 1 sein, dass es einen ganzen Part dran hängt. 2, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 5, 6, 7, 10. Ach, laber nicht. Es ist schaffbar. ich muss mich jetzt ganz richtig konzentrieren ich hab mich gerade da jetzt, weil ich gerade überhaupt nicht gehen kann komm schon dann lass doch doch mal los und 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 anheimen ach so wir heben es uns auf dem für später weil ich habe jetzt echt keine Lust die ganze Zeit nur an bequennt mountain und bis und jetzt schaut euch noch dies leben scheiß kollekt die dinge alter die denn keine chance ich bin nicht gut ich kann das auch gar nicht ich bin echt in sowas ja klar wieso bringt mich das an ey das gibt's da nicht könnte ich mich schon wieder auf und das dachte ich gerade ich muss mich jetzt mal nutzen mit einer Zeit aber hey diese spiel kotzt ja irgendwie schon so hoch du 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 oh ihr habt grad den die legs kriegt ihr grad mit oder da dann dürft ihr auch mal nicht und wie krieg ich jetzt den Ding also ganz easy also nicht ja und disco finde ich eh nicht so schlimm also wunderbar wunderbar ich komme gerade super durch super durch deswegen kann ich auch gleich selbst immer wenn ich sage ich komme super durch da kommt was jetzt nicht wunderbar und jetzt Käferverlust da will ich auf jeden Fall mit der Musik und der ist schön hinter der Krupp knifflige Stelle passt das ist ja auch hier wunderschön alles ach man what the fuck oh da habe ich ja schon abgerechnet das ist ja auch jetzt einfach bumm rüber zack und zack das kennen wir alle schon das hier genau Yoshi kann einsam nicht vergessen so danke oh die von Kaiso die die Kreisel da die waren Horror keine Werbung für ein anderes Projekt wie es laberisch ich werde es mir nicht noch einmal tun die obwohl natürlich steht immer zur Debatte natürlich ne eventuell ist das Pipapo dürfte ich wohl verdammt ich hasse dieses Viech allerschlimmstes Viech das es gibt in Super Mario World wer auch immer sich von euch von euch bestimmt nicht aber wer sich Kaiso anguckt hat von mir da weiß wie ich dieses Viech hasse und wie krass ich es wirklich hasse also ich hasse es wirklich mehr als alle andere kann ich nicht beschreiben und warum spring ich ja klar weil ich dann jawohl oh gib Gas genauso komm her hier bin ich komm her hier wow wow gut gelegt und damit das nächste Level geschafft und jetzt Castle 3 Castle 3 dieser Castle 3 sollten wir hier drin erschaffen in dem Part und dann würde ich sagen drei Schlösser auch sie sieht auch schon mal ganz gut aus und wenn jemand weiß wo die ganzen Secret Exit Dinger da sind oh da wisst gar nicht wie ihr mir verbunden werdet nur mit Tassen da ist einer wenn du weißt dich zuschauer genau dich meine ich dich da der eine da weiß schon der würde sie mal anschauen den Scheiß den Kai Kai ist er ist gut ich labere wieder zu mir Kacke ist auch schon spät 11 ich werde jetzt hier heute noch ein bisschen aufnehmen hier muss ich einfach nur überleben das ist sowas für von voll für den Arsch das ist so scheiße gemacht also nicht scheiße dass es schlecht aussieht sondern ich finde das einfach nur scheißschwer also gut auf jeden Fall gemacht sehr nice dass man es hier aushalten muss mit dem Lifter sehr sehr geil gemacht aber ich komme gerade gut durch der war nicht komm her der war nicht schon das Ding so komm her oh der wird nochmal schwer der wird jetzt nochmal schön aber ich glaube ich weiß wie es geht von hier dahin dann droht der ist schwer hauen sie mir beim letzten nochmal den richtig A eventuell so aber da ist eine kleine Lücke da ist eine kleine Lücke oder? oder so so geil geschafft ich denke mal das ist nicht der letzte Endboss wenn ich von hier darf ich dann erstmal weiter wenn ich hier weiter kommen sollte falls ich falls mir dieses gelingen sollte und und rein in in your face bitch bitch komm schon hoch das Ding und komm drauf oh das war ja wie im Low Speed und eine 4 ob ich jetzt doch noch dieses Kerstel schaffe bezweifle ich weil ich glaube es muss ich dreimal umlohren und das sind Bubus nicht wie am Anfang die sind schon die haben schon was aber naja das ist wie am Anfang billig komm schon her sonst geht dieses scheiß Ding einfach nur rückend rein passt wunderbar und noch und noch und 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 so jetzt kommt zwei Minuten habe ich nur um dich zu plätten und 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 meine Güte dritten letzte hier sind Oh, der wird jetzt schwer. Oh, der wird schwer. Komm mit. Und zack, dreimal gegen mich wieder gestoßen. Wunderbar. Noch einer. Ja, die packe ich jetzt noch. Komm her. Und ein Gesicht, komm her. Und wieder ins Gesicht. Und den muss ich mitnehmen. Komm schon, den behu wenigstens noch. Jawohl. So, damit verabschiede ich mich jetzt schon mal. Das war's von diesem Part. Oh, wunderbar zum Ende. Das war Castle 3. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Euer Megas Freak. Jetzt gibt's das do, das war's. Ja, weiter.